Jetzt geht's los und ihr merkt schon, zack, das Heck bricht aus und schaukelt es ganz schön. Ich gebe euch einfach mal ein paar Tipps, dann ist die Situation auch unter Kontrolle. Als erstes möchte ich euch die 360-Grad-Kamera im neuen Sprinter vorstellen. Und ihr fragt euch bestimmt, wie funktioniert das eigentlich? Und das zeige ich euch mal. Ich sitze im Moment vor der Frontkamera. Jetzt gehe ich mal zur nächsten. Ihr könnt mich sehen, das ist die Kamera im linken Außenspiegel, das ist die Kamera auf der Rückseite des Fahrzeugs und hier ist noch eine unter dem rechten Außenspiegel. Aktiviert wird das System ganz einfach, wenn ich rückwärts fahre, über das Einlegen von dem Rückwärtsgang. Wenn ich jetzt, so wie jetzt, wir haben hier einen kleinen Parcours vorbereitet, vorwärts starten möchte, dann kann ich das hier an der MBUX einfach aktivieren über das Kamerasymbol. Das machen wir jetzt mal. Und jetzt sieht man hier schon ganz gut am Bild, wir haben die Führungslinien, die uns genau den Weg zeigen durch dieses enge Tor. Und ich würde sagen, wir nehmen die Herausforderung einfach mal an und legen los. Man sieht auf dem linken Bild von der MBUX die Draufsicht. Auf dem rechten Bild sehen wir quasi die Kamerasicht nach vorne. Und jetzt kann ich mich ganz gut orientieren hier mit den gelben Linien. Ich versuche, dass die genau hier durchtreffen durch dieses enge Tor. Wir haben die Parkwaner, Parktronic ist aktiv, aber wir sehen auch wunderbar, wir kommen hier problemlos durch. Vor uns kommt quasi das nächste Hindernis. Und jetzt kommt es darauf an, wann muss ich einschlagen, dass wir eben um dieses Hindernis auch gut rumkommen. Das heißt, ich schlage jetzt mal ein und jetzt seht ihr ganz genau, wie sich die Linien hier verändern. Das heißt, ich kann hier wieder sehen, wo geht mein Rad hin. Und hier im linken Bild sieht man gut die Hilfslinie, die gelbe von dem hinteren rechten Rad. Und man kann auch gut erkennen, ich komme hier problemlos über diesen Pylon, der hier hinten rechts positioniert ist, auch herum. Und überlegt euch, es geht jetzt um Rangieren, ihr müsst irgendwo rückwärts an eine Rampe hinfahren. Und es geht so ein bisschen eng zu. Super Hilfsmittel, um durch solche Situationen wirklich klasse rumzukommen. Das war jetzt nicht wirklich eine große Herausforderung. Deswegen habe ich mir mal was ganz Besonderes einfallen lassen. So, wir sitzen jetzt in einem komplett abgedunkelten Sprinter. Ich kann nach außen durch die Scheiben nichts mehr erkennen. Und jetzt versuchen wir den Parcours ganz einfach nochmal rückwärts zu fahren. Nur mit Hilfe der 360-Grad-Kamera. Wir legen den Rückwärtsgang ein und ihr seht schon, die Hilfslinien sind da. Und nach denen und nur nach denen kann ich mich jetzt orientieren. So, und ihr seht, mit komplett abgedunkelten Scheiben. Nur mit Hilfe der 360-Grad-Kamera und der MBUX kann man problemlos auch rückwärts und ohne Sicht nach außen den Parcours, der wirklich sehr eng ist, durchfahren. Notwendig. Notwendig. Nachisons. cohort. Nur mit Hilfe der S&DHands. Notwendig. Notwendig. Hart. Nur mit Hilfe. Nur mit Hilfe. Handy. Beide. Notwendig. ��.